Team Deathmatch. Weiter mit der Mission. Wir sind innen hier. Er ist erledigt. Ab. Sie ist tot. Neun Knall eingesetzt. Destrupt uns. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Drohne verfügbar für Aufgaben Benötige Luftnahunterstützung durch Kampfrufen Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß Drohne eingetroffen Ihre Drohne wurde zerstört Ihre Konterdrohne wurde zerstört Feindlicher Taktik Einstiegsmarker ist aktiv Feindlicher Systemeingriff wurde festgestellt Feindlicher Taktik Einstiegsmarker zerstört Ihre Systeme wurden durch einen feindlichen Hacker infiziert Sensoren haben Ziel erfasst Neunknall eingesetzt Feind geblendet Feindliche Drohne Errat zum Vorstoß Ein feindlicher Hacker versucht durch unsere Systeme zu brechen Ziel erledigt Ein Feind hat ihre Steuersysteme gelegt und ausgeteilt Nomad ausgeschaltet Feindliche Konterdrohne entdeckt Unser Taktik Einstiegsmarker wurde zerstört Wir haben keinen Kratzer Drohne bereit Drohne in Position Vorräte bei meinem Signal abwerfen Feindliche Drohne über uns Feindliche Vorräte unterwegs Einsatzteam verlässt Missionsgebiet Mehrere feindliche Drohnen im Einsatz Drohnenzeit bei 50% Ihre Konterdrohne hat das Einsatzgebiet verlassen Feindliches Einsatzteam wird eingesetzt Aufstehen Und jetzt Neunschnell eingesetzt. Fahrt geblendet. Sie haben es fast geschafft. Er ist erledigt. Macht den Deckel drauf und erledigt. Sie ist erledigt. Artillerie-Batterie. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Bei euch sieht das so leicht aus.